Die Miss Germany Wahl 2018. 22 Frauen wollen die Krone. Nur eine bekommt sie. Hinter der Bühne haben die Hairstylisten alle Hände voll zu tun. Mit Wicklern, Lockenstäben, Föhn und sehr langen Haaren. Nur eine kann sich entspannen, denn ihre Frisur sitzt immer an. Ioana Palamatschuk, die als amtierende Miss Niedersachsen an den Start geht. Sie ist nicht nur Backstage, eine kleine Sensation. Eine Kandidatin mit rasiertem Kopf, das hat es hier noch nie gegeben. Eine Sonderbehandlung gab es für sie trotzdem nicht. In den Vorbereitungswochen hat sie sich mit ihren Konkurrentinnen gut verstanden. Es sind ja nur Haare, es sind nur kurze Haare, es ist ja nichts Schlimmes. Und ich glaube, unsere Persönlichkeiten haben einfach zusammengepasst und das war das, was gezählt hat. Drei Wochen zuvor. Ioana Palamatschuk packt die Koffer für das Abenteuer Miss Germany Wahl. Ihre radikale Frisur hat sie noch gar nicht so lange. Vor kurzem sah sie so aus. Mit dem neuen Look kam auch der Mut. Die Anmeldung zur ersten Miss Wahl in ihrer Heimatstadt Hannover war gar nicht so ernst gemeint. Aber sie gewann tatsächlich. Ich habe mir da ja keine großen Gedanken drüber gemacht, dass ich das gewinnen möchte oder ähnliches, sondern ich habe einfach mitgemacht, um es auszuprobieren, um meine Erfahrungen zu sammeln und einfach nur Spaß zu haben. Doch der Ehrgeiz war geweckt. Dabei gehörte ihre Leidenschaft bislang nicht dem Modeln, sondern dem Tanzen. Das Studio von Orlando, ihrem Mentor, ist ihre zweite Heimat. Nach der Wahl zur Miss Niedersachsen gab es für die junge Frau eine Menge Kritik. Wegen der Frisur. In den sozialen Netzwerken wurde sie regelrecht beschimpft. Sie sei hässlich, sähe aus wie ein Junge und krebskrank. Aber das hat sie offenbar nur stärker gemacht. Ich meine, es ist okay, dass ihr eure Meinung habt. Danke dafür. Aber ja, so what? Ist nicht mein Problem. Alles gut. Und 16, 17-Jährige ist heftig. Aber hey, ist nicht einfach. Geh durch. Wir sind auch da und wir unterstützen unsere Tänzer, Eltern. Also das ist deine besten Freunde. Mehr geht nicht. Aber in den Wochen vor der Wahl war sie wie alle auf sich allein gestellt. Auf der canarischen Insel Fuerteventura gab es für die Teilnehmerin Fitness- und Medientraining und professionelle Fotoshootings. Die Kandidatinnen wurden rundum betreut. Und die 17 Jahre alte Schülerin aus Hannover verwandelte sich in einen extravaganten Vamp. Wenige Minuten vor dem Finale der Miss Germany-Wahl. Ihre langhaarigen Mitstreiterinnen mögen sie. Aber räumen sie ihr auch Chancen ein? Sie ist etwas ganz Außergewöhnliches mit den kurzen Haaren. Sie sticht ja möglichst sofort raus. Man guckt durch die Mädels durch und bam, da ist Joana. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie definitiv ins Finale kommt. Auch wie sie ihre Geschichte weitergibt. Also auch mit dem ganzen Hintergrund, dass sie gemobbt wurde. Dass sie so fiese Kommentare gegen den Kopf bekommen hat. Und das ist einfach Wahnsinn, mit was für einer Persönlichkeit sie hier steht. Kurze Haare, lange Haare. Also ich finde, das ist alles offen. Ob die Jury das auch so sieht, stellt sich jetzt heraus. Aber hier scheint das Schönheitsideal bei einigen noch sehr streng zu sein. Im Gesichtsbereich ist der sogenannte goldene Schnitt. Also die Augenabstände müssen stimmen. Dann der Nasen-Kinn-Winkel etwa 110 Grad. Körbchengröße B bis C maximal. Keine Zellulite. Ja, und Bodymasken. Die Schülerin aus Hannover glänzt im Abendkleid, auch ohne volle Haarpracht. Joana hat sich vorgenommen, allem entspannt entgegenzusehen. Nächster Durchgang Bademode. Und direkt bei der ersten Entscheidung des Abends gibt es für sie eine Enttäuschung. Sie schafft es nicht in die engere Auswahl und scheidet aus. Am Ende des Abends wird eine andere die Krone tragen. Die neue Miss Germany 2018 wird die 23 Jahre alte Anahita Rehbein, eine Studentin aus Stuttgart. Bei Ioana fließen neben der Bühne jetzt doch noch Tränen, aber Vorrührung. Denn viele gratulieren ihr trotzdem für ihren Auftritt und ihren Mut. Erstmal geht es Montag natürlich zur Schule. Es wird das Alltägliche wieder. Aber jetzt kann ich das machen, was ich machen möchte, das machen, was mir Spaß macht. Und ich schaue einfach, wo mich der Weg hinführt. Ihr Weg als Miss Germany 2018 dürfte für das nächste Jahr dagegen vorgezeichnet sein. Und übrigens, mit der Krone wäre es ohne lange Haare auch schwierig geworden. Die muss nämlich festgesteckt werden.